Liebe Genossinnen, liebe Genossen, lieber Herr Oberbürgermeister, ich freue mich erstmal in Gera zu sein und möchte euch aber als erstes auch die besten Grüße und viel Erfolg für eure Versammlung heute von unserem Landesvorsitzenden Knut Korczewski übermitteln. Knut nimmt heute an der Mitgliederversammlung in Kreinsteil, die haben Neuwahl. Du sagst nicht, Mensch, wir sind Gera eine bedeutende Stadt, warum ist der Landesvorsitzende nicht zu uns gekommen? Ich muss sagen, weil ich schon darum gebeten habe, hier nach Gera zu kommen, weil ich gerne nach Gera komme. Ich bin zwölf Kilometer hier von Gera entfernt und weiter geboren, habe hier als Kind im Knochenpark gespielt, bin mit Freunden noch durch die alte Bachgasse geschlendert, bin in der EOS von der Korczewold zur Schule gegangen und habe hier in Gera geheiratet und mein Sohn ist auch in Gera geboren. Dann habe ich das Leben nach dem Thüringen verschlagen, aber ich muss euch sagen, ich komme immer wieder sehr gerne nach Gera zurück und Gera gefällt mir und Gera liegt mir am Herzen. Gera war immer links, Gera war links auch in einer brauen Zeit und Gera sollte auch immer links bleiben. Das ist der Wunsch, den ich heute sage. Und trotzdem muss ich nur rein sagen, wenn wir heute hier über Kommunalpolitik reden, Kommunalpolitik ist immer abhängig auch von den politischen Rahmenbedingungen außerhalb der Stadt Gera. Und dazu zählt die Bundespolitik und dazu zählt die Landespolitik. Und wenn wir von Kommunalpolitik reden und von Zukunftsvorhaben, müssen wir immer davon ausgehen, wir haben eine Finanzkrise. Allerdings keiner spricht darüber, wie beseitigen wir die Finanzkrise. Man will immer nur rumdoktern, aber man beseitigt nicht die Ursachen dieser Finanzkrise. Der Oberbürgermeister hat dazu was gesagt, will ich mir am Klasse der Zeit hier weglassen. Wir haben aber auch eine neue Situation in Thüringen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich war vorige Woche zu einer Mitgliederversammlung im Nachbarkreis in Altenburg. Dort ist Michael Seuker zur Landratskandidatin gekürt worden. Ich war nur sächsische Genossen zu Gast und bei denen habe ich mich bedankt, die kenne ich dafür. Bei denen habe ich mich bedankt für den sächsischen Import, den sich die Thüringer Landesregierung reingeholt hat. Das nehme ich in Form des Finanzministers Voss. Und ich hatte auch die Gelegenheit, an der Mitgliederversammlung des Gemein- und Städtebundes auf der Erfurter Messe teilzunehmen, wo Voss den Kommunalen Finanzausgleich erklärt hat. Fachlich tipptopp, muss ich euch sagen. Aber eiskalt, dieser Mann. Eiskalt. Ein Sanierer, wie er im Buche steht. Und den interessieren die Sorgen der Kommunen überhaupt nicht. Und weil er noch jemanden brauchte dazu, weil er scheinbar nicht den nötigen PEP noch in seiner eigenen Landesregierung hat, hat er sich gleich noch mal den nächsten Import geholt, nämlich seinen Staatssekretär, den wir jetzt haben als Finanzstaatssekretär. Der kommt jetzt auch von Sachsen. Und da haben mir die sächsischen Genossen gesagt, liebe Thüringer, zieht euch warm an. Diese zwei haben in Sachsen das Finanzausgleichsgesetz geschrieben. Und das ist vom Feinsten. Die Kommunen in Sachsen sind pleite, haben sie gesagt. Viel Spaß wünschen wir euch mit Voss und seinem Team. Das ist ein absoluter Fachmann. Aber ich muss euch sagen, den Fachmann Voss braucht er nicht anhimmeln, weil er kompetent sei. Der ist ein knallharter Sanierer und dem müssen wir linke Politik entgegensetzen. Und wir haben natürlich bis zur Oberbürgermeisterwahl hier in Gera, Landratswahl, natürlich auch als Partei noch eine Schausabgabe zu erledigen, liebe Gnossel. Bis dahin haben wir noch einen Bundesparteitag in Erfurt zu absolvieren. Einen Bundesparteitag, der für unsere Partei eine ganz große Bedeutung hat. Wir geben uns dort ein Parteiprogramm. Es gibt einen Entwurf. Es wird aber Diskussionen auf dem Bundesparteitag geben. Und es werden nur noch ein paar Grundsatzfragen geklärt werden müssen. Zum Beispiel die Grundsatzfragen, wie verändern wir diese Gesellschaft. Und die Grundsatzfragen dabei ist, machen wir das aus der Gesellschaft heraus? Indem wir die Gesellschaft reformieren, also der Transformationsprozess? Oder träumen wir davon, dass hier mal in diesem Land eine revolutionäre Situation entsteht? Und machen wir nichts zur Verbesserung dieser Gesellschaft? Das wird eine der Fragen sein, die in Erfurt beantwortet werden müssen. Und ich sage nochmal, und ich werbe auch dafür, kann Dieter viel besser dazu reden, denn der unsere Arbeitsgruppe Programm beim Landesverband geleitet hat und noch leitet und die Arbeitsgruppe einen sehr tollen Beitrag geleistet hat mit eigenständigen Türen noch beiträgen. Dieter dafür auch nochmal Dank vom Landesvorstand. Meine Antwort, das hat drei Pagadien, das sind keine Arbeit. Aber liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen doch den Menschen nicht warten, bis irgendwas hier zusammenbricht. Die Menschen wollen von uns jetzt schon Antworten haben. Die Menschen wollen von uns Antworten haben, wie verändern wir das Leben jetzt in dieser Gesellschaft, aus dieser Gesellschaft heraus. Also gibt es gar keine andere Lösung, wie dass wir als Linke dafür sorgen, dass politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo sich das Leben zugunsten der Menschen sozial verändern kann. Und das beginnt im Bund, das beginnt im Land. Im Bund wird es ein bisschen dauern, aber das beginnt im Land und das beginnt vor allem in den Kommunen. Und dafür brauchen wir eine stabile Linke. Und da bin ich bei unserer Landespartei da. Liebe Genossinnen und Genossen, unser Landesverband ist ein stabiler Landesverband. Was unsere Umfragewerte betrifft, wir liegen immer konstant über 25 Prozent. Nun kann jeder sagen, wie die Umfragewerte sind. Aber trotzdem, das ist nun mal ein gewisser Tatmesser, den man beachten kann und sollte. Und da muss ich sagen, leid sind wir stabil. Und stabil sind wir deshalb, weil in unserem Landesverband und in unserer Landtagsfraktion eine kontinuierliche Arbeit geleistet wird, eine Arbeit, die bei den Menschen ankommt. Und eine Politik gemacht wird, die Gebrauchswert hat. Weil wir müssen nicht Träumereien hinterher haben. Wir müssen eine Politik machen, die Gebrauchswert hat. Visionen und was wir später kommen, da haben wir jetzt zur Zeit einen Gast in Thüringen. Ja, davon toll. Ja, ich komme aus der Gegend. Aber wir brauchen und wir haben eine stabile Politik. Und vor allem die Grundlage unserer stabilen Politik im Landesverband ist, ist, dass wir nicht diesen Strömungskämpfen hinterherrennen oder diese Strömungskämpfe mitmachen. Sondern, dass wir uns nicht mit uns selber beschäftigen, sondern, dass wir dokumentieren, wir sind für die Menschen da. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, sollte auch so bleiben. Und dann sind wir auch ein Landesverband, der eine gewisse Stabilität auch innerhalb der Bundespartei darstellt. Wir als Thüringer, uns ist es gelungen, dass wir ein gewisses Bindeglied sind zwischen Ost- und West-Landesverbänden. Und wir haben gemeinsame Aktivitäten mit Hessen gemacht. Wir haben gemeinsame Aktivitäten mit Rheinland-Pfalz gemacht. Wir haben inhaltliche Aspekte eingebracht. Auch das sollte so bleiben. Wir sollten dafür sorgen, dass wir nicht hier in Strömungskämpfe und Strömungskanäle reingeraten. Die kontinuierliche Politik muss fortgesetzt werden. Zu euren Aufgaben heute. Also, ich bin nicht gekommen, liebe Genossinnen und Genossen, als Schiedsrichter. Steht mir gar nicht an, ohne hier gar eine Wertung zu treffen. Ihr seid Gärsche und ihr wisst, was für Gärer gut ist. Aber trotzdem gestattet mir, dass ich trotzdem einige persönliche Bemerkungen zu dem Sachverhalt sage. Wichtig ist eigentlich erstmal bei eurer Entscheidung heute, was ist wichtig für die Stadt, was ist günstig für die Stadt, was ist günstig und wichtig für die Gärerinnen und Gärer. Das ist erstmal das Problemat, worüber wir oder ihr heute entscheiden. Und da müsst ihr natürlich aber auch wissen, was wollen die Gärer. Weil ein Problem in unserer Partei ist manchmal, wir sehen uns manchmal nämlich nur so, wie wir uns sehen wollen. Und glauben, alles zu wissen. Und dann erklären wir mal den anderen die Politik. Das geht schief. Also wir müssen schon wissen, was wollen die Gärer, wo drückt der Schuh. Und diese Probleme müssen angepackt werden. Und da muss die Politik auch so gestaltet werden. Jetzt muss ich mal was, der Oberbürgermeister hat gesagt, Gärer ist sexy. Das stimmt. Aber mir hat bei auch einer gesagt, Armut ist sexy. Also da muss der Oberbürgermeister, ist Gärer sehr sexy. Aber ich muss trotzdem wieder Optimismus dämpfen. Ich komme aus der Gegend, die ist noch viel mehr sexy. Wir werden nämlich schon fast zwangsverhalten. Das nur am Rand. Aber da komme ich vielleicht noch mal drauf zurück. Wirklich wichtig ist, die Frage müssen wir uns als Linke immer stellen, was erwarten die Menschen von uns. Und das ist hier bei der Oberbürgermeisterwahl genauso. Und ich kann hier sagen, und das möchte ich erst mal sagen, wir als Linke haben Alternativen. Und ich gehe davon aus, dass der Stadtverband Gärer geeignete Kandidatinnen, geeignete Kandidaten hätte, die den Oberbürgermeisterwahlkampf aufnehmen könnten. Ich denke zum Beispiel an Margit, die hohe Wirtschaftskompetenz hat. Also das will ich erst mal voll selbstbewusstsein sagen. Wir als Linke haben Personen, die linke Politik umsetzen können. Entscheidungen werden vor Ort getroffen. Und da muss ich natürlich die Besonderheiten auch in so einem Ort beachten. Und das ging ja nun durch die Thüringer Presse, ihr sprecht heute von Lagerwahlkampf. Habe ich ja sogar in meinem Mühlhausen gelesen, was hier in Gärat diese Woche passiert ist. Da denke ich nach heute. Und da erinnere ich an die letzten OB und Bürgermeisterwahlen. Und man sollte das, was das konservative Lager, wie er das sagt, was für mich auch konservatives Lager ist, nicht auf die leichte Schulter legen. Ich erinnere nur mal daran, dass bei den letzten Bürgermeisterwahlen streitet, ich will jetzt nicht streiten im Eins oder Zwei, aber wie mir es noch im Kopf ist, alle parteilosen Kandidaten beim ersten Wahlkampf durchgegangen sind. Also wenn die so Wahlkampf führen, haben die das Geschick gemacht mit einer parteilosen Kandidatin. Die werden nämlich nach dem Motto handeln, wie ich, oder sie, der Name soll ja nicht genannt werden, ich bin parteilos, unabhängig und dergleichen mehr. Ja, natürlich, die Unabhängigkeit hört an der Stelle auf, wenn es Parteien gibt, die die unterstützen. Das muss man natürlich auch klar und deutlich sagen, an dieser Stelle. Das ist so. Also da ist da nicht mehr mit. Ich bin überparteilich und parteilos, also wenn ich von einer Partei unterstützt wäre, würde ich denn ihr Programm unterstützen. Das muss man dann auch immer deutlich machen. Aber wenn sich schon das bürgerliche Lager oder das konservative Lager bündelt, dann ist es eigentlich folgerichtig, dass sich die Kräfte, die links von diesem Lager sind, die gleiche Freiheit und das gleiche Recht sich herausnehmen. Allerdings sollten wir auch als Linke, und das sage ich euch auch gern, möchte ich hier auch noch einige Erwartungshaltungen formulieren, die ich vielleicht sehe, was hier noch reinkommen muss. Das ist erstens, dass die Bündnispartner, wenn sie einen Kandidaten unterstützen, mit den Kandidaten und noch untereinander auf gleicher Augenhöhe haben. Das ist die Frage der gegenseitigen Verlässlichkeit. Das muss gegeben sein. Das ist vor allem die Frage der Bürgernähe und der Bürgerbeteiligung. Und das ist die Transparenz. Das heißt also, der eine vom anderen möchte schon wissen, was er macht und möchte sich absprechen. Und, ich sage bewusst, die Zeiten der Einzelleitung sind vorbei. Und ich möchte aber auch dem jetzigen Oberbürgermeister und zukünftigen Kandidaten für den Oberbürgermeister und Doktor noch vornehmen, auch sagen, Sie müssen sich bewusst sein, Sie mit Ihrer Person tragen wesentlich zum Erfolg des Wahlkampfes bei. Weil Bürgermeisterwahlen, Oberbürgermeisterwahlen sind auch Personenwahlen. Und der Bürger wählt in erster Linie eine Person. Denn interessiert in zweiter Linie, wer da alles im Prinzip dahinter steht. Das hat mit Bedeutung. Aber es geht vorrangig um die Person. Weil die Person immer die Politik dokumentiert. Eine Person steht immer für Politik da. Ich habe nicht nötig. Die Kilometerzahl. Ich bin aber gleich am Ende. Und dann kann ich mir auch noch ein paar kritische Bemerkungen noch nicht vergleichen. Und man möge uns die Gäste der SPD aber auch gestatten, dass wir der SPD-Politik ein bisschen kritisch und auch misstrauisch gegenüberstehen. Aus unserer Ertauung. Wenn ich daran denke, was wir hier in Thüringen versäumt haben. Und das ist nicht Schuld der Linken. Wir hätten in Thüringen die Chance gehabt, vor zwei Jahren, dass Sie in Thüringen eine andere Politik einziehen. Dass dieser schwarze Kult abgedrückt werden wird. Das ist leider nicht dazu gekommen. Das liegt an unserer Partei. Und was das Ergebnis ist, das sehen wir jetzt in Thüringen. Und das sehen wir auch beim KfA. Ich bin gespannt, wie die Landtagsfraktion der SPD dort handeln und abstimmen wird. Ich könnte es ja voraussagen, aber lass mal. Nächste Beispiel, liebe Genossen, Mecklenburg-Vorpommern. Wir hätten in Mecklenburg-Vorpommern die Chance gehabt, mitzuregiert. Die SPD hat sich anders entschieden. Berlin. Berlin haben wir es vergeigt. Aber wir haben es so dahingehend vergeigt, dass wir unsere eigene Politik nicht rübergebracht haben und auch manche unpopuläre Entscheidungen mitgetragen haben. Und eine letzte Bewerbung dazu. Ich bin da nur ein ganz gebranntes Kind. Unschut-Heinisch-Kreis, Pleite, Kreislaufsmitglied. Wir haben jahrelang den SPD-Landtag dort unterstützt. Haben sie dafür zur letzten Kommunalwahl bestraft worden. Und wo jetzt keine Stimmmehrheit mehr, SPD und Linke und so ist, ist er mit der CDU ins Bett gegangen. Aber das funktioniert auch nicht. Jetzt kommt er wieder zu uns und will uns haben. Aber wir sind nun mal Gene, die man kaufen kann und einfach für unsere Stimmen geben. Deshalb ist es ganz wichtig, Politik auf Augenhöhe. Aber ich sage euch, ich habe auch Hoffnung, dass das in Gera funktioniert. Das muss funktionieren. Weil ihr habt in Gera jetzt, Linke, SPD und Grüne. Wir haben hier eigentlich in Gera Gelegenheit zu zeigen, es geht auch anders. Und das ist eine Alternative für die Tür. Und deshalb gehört es für beide Partler, besonders für die Linke und die SPD, aber auch die Grünen. Zeigen wir hier in Gera, es ist möglich, dass wir zu dritt zusammenarbeiten können, Politik für Menschen machen, eine andere Politik, die dieser neoliberalen Politik entgegensteht. Das ist dann die Verantwortung, wenn heute die Entscheidung zugunsten von Dr. und dann sollten wir gemeinsam dieses Experiment hier gemeinsam auf gleicher Augenhöhe machen und zeigen, jawohl, 2014, bei den nächsten Landtagswahlen ist es möglich, Linke, SPD und Grüne können gemeinsam für die Menschen das bewegen und die können miteinander. Versuchen wir das. Weil da müssen wir die großen Landesparteien dann zu zwingen. Eine allerletzte Bemerkung ist versprochen, wenn ihr heute die Entscheidung trefft, zugunsten von Dr. Dauber vorne, was ich wo und dafür plädieren möchte. Dann tragen wir aber die Entscheidung gemeinsam. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, dann ist Schluss mit der Debatte. Weil dann machen wir Wahlkampf. Und dann machen wir gemeinsam Wahlkampf. und ins erfolgreichen Wahlkampf. Und wir sollten uns nicht auf Lagerwahlkampf einlassen, sondern wir sollten einen Wahlkampf machen, der die Herzen der Menschen erreicht. Und wir sollten nicht gegen jemanden einen Wahlkampf machen, sondern wirklich Wahlkampf um die besten Ideen und Wahlkampf, ich sage es noch mal, für die Herzen der Menschen. Trefft heute bitte eine kluge Entscheidung für die Menschen und dann kämpfen wir gemeinsam für einen gemeinsamen Kandidaten, dass da auch wieder Oberbürgermeister wird. Und dazu wünschen wir uns gegenseitig viel Erfolg. Danke. Applaus 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 Applaus